Warum ich so durchatme? Ich werde den nicht ohne Safestate schaffen und ja, ich musste leider, 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 leider die Videoresolution ein bisschen runterstellen, ein bisschen ist gut. Ich habe die ganze Zeit auf 1000, schlag mich tot, auf 900 noch was aufgenommen, jetzt muss ich auf 800 mal 600 aufnehmen, weil, ähm, weil Baum, nein, weil sonst der Emulator so laggt und wenn ich den anderen Emulator, der flüssig läuft, nehme, kann ich meine Safestate-Tasten nicht auf den, ähm, nicht auf den Controller legen, das ist doof, ähm, weil ich sonst die ganze Zeit manuell Safestaten müsste und das wäre doof, die ganze Zeit ins Menü zu gehen, zu Safestaten und dann, ähm, ja, ähm, das war Glück. Oder auf die Tastaturen, da bin ich nicht schnell genug. So, boing, boing. Naja, aber, äh, das ist ja nur ein Mario-Spiel. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Es ist ja nur ein Mario-Spiel. Und da fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Das war eigentlich gut gerade. Das ist doch noch eine einfache Stelle. So, dann fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Ich meine, das ist ein Hack eines SNES-Spiels. Und da sollte das eigentlich... Ach, ich weiß doch, dass da ein Block ist. Warum springe ich die ganze Zeit drauf? Ah, da wäre es fast gewesen. So, jetzt müssen wir natürlich so einen scheiß Short-Hop machen, den ich nicht kann. Na? Sehr schön. Boing. Nein! Ja. Wie gewohnt werde ich wieder am Stück aufnehmen. Werd euch das in... Mundgerechte Häppchen teilen. Und euch dann in Parts servieren. Ich muss den gerade nochmal spawnen lassen hier. Na? Komm. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht allzu lange brauche. Weil, naja. Ihr kennt diesen Hack. Ich werde auch extra... Ich werde versuchen, die Special World zu machen. Da sag ich euch aber gleich, die ist total blind. Die ist echt total blind. Ich habe sie zwar schon mal in einem Let's Play gesehen. Und, ähm... Naja. Das ist aber was anderes, als sie selbst zu spielen. Na? Das kannst du, Foxy. So. Fuck! Oh, fuck. Oh, ho, ho. So. Ne, das wird so nichts. Da müssen wir direkt springen jetzt. Na, da müssen wir... Da müssen wir direkt springen jetzt. So, jetzt stellen wir uns hier an den Rand. Zack. Oh, das klappt doch wunderbärchen. Das war dämlich. Das war auch dämlich. So funktioniert das. Jetzt kommen hier Bullet Bills. Da sollten wir drauf springen, damit wir da oben drauf kommen. Das ist eigentlich auch ganz einfach, wenn man die Lücke denn trifft. So, und das war auch schon das erste... Das war auch schon... Das war... War auch schon der erste... Warum habe ich jetzt hier am letzten Sprung solche Probleme? Na, komm schon. Foxy, du kannst das. Ich weiß, ich weiß, dass ich das kann. Das ist es ja. So. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich habe jetzt gerade... Jetzt bin ich hier raus. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ach ja. Die Gewohnheit, mit dem am Stück aufnehmen. Apropos Gewohnheit. Habt ihr eigentlich auch solche... Doofen Angewohnheiten, wie ich habe zum Beispiel eine. Wenn ich auf die Bank gehe, mir Geld holen. Dann, ähm... Ne, ich hole mir mein Geld. Pack das Geld... Zähle das Geld. Pack das in meine... Äh, pack das... Ne, Moment. Anders. Ich, äh... Führe die Karte in den Automat ein. Ne? Dann hole ich mir ganz normal mein Geld. Und dann... Ähm, ja... Zähle ich das... Dann nehme ich die Karte wieder raus. Steck die Karte in meine Geld... Börse. Steck das... Zähle das Geld. Steck das Geld ein. So, jetzt habe ich es aber auch mal bald mit meinem Erzählen. Und dann, ähm... Gucke ich trotzdem nochmal, ob ich tatsächlich meine Karte eingesteckt habe. Das ist... Das ist schon fast eine Neurose von mir geworden. Das ist schon fast Zwang bei mir geworden, dass ich da echt nochmal nachgucke, dass ich diese Karte eingepackt habe. Und ich weiß nicht, warum ich das mache. Das ist... Äh... Obwohl ich genau weiß, dass ich sie eingepackt habe. Sagen wir es mal so. Klingt komisch, ist aber so. Ach ja, es gibt schon doofe Angewohnheiten. Ich glaube, die doofsten Angewohnheiten sind... Züchte wie Rauchen. Zu diesen Opfern ich leider auch gehöre. Naja. Ist ja aber jetzt nicht schlimm. Ich meine, ich bin über 18. Ich kann ja auch. So ist es nicht. Aber solche Angewohnheiten... Ich weiß nicht. Andere Leute haben die Angewohnheit, ähm... Jeden Tagesablauf... Zum Beispiel... Zumindest... Den morgendlichen Ablauf... Exakt gleich zu gestalten. Also... Was ich zum Beispiel nicht so mache. Diesen Level hasse ich übrigens. Wenn ich das mal so... Anmerken darf. Und... Ach... Foxy, du weißt ganz genau, dass da... Invisible Coin Blocks sind. Du sprichst genau rein. Äh... Foxy, redest du gerne in der dritten Person Singular? Ja, ich rede gerne über mich selbst. Na komm, das ist so einfach eigentlich. Ich will jetzt mal angeben. Ich hab dieses Spiel schon mal in... Innerhalb von... 30 Minuten ohne Special World durchgespielt. Kann man das durchgespielt nennen, wenn man die Special World nicht hat? Ja, kann man. Denn es war kein 100% Run. Es war aber... Das Ende. Das offizielle... Warum sind hier auf einmal drei Delfine? Normalerweise... Despaunt immer einer. Das ist so... Doof. So, da ist jetzt noch... Es sind jetzt noch zwei. Ja, komm. Ja, komm. So. Und, äh... Ich hab hier wirklich jeden Morgen fast einen anderen Tagesablauf. Äh... Ich mein, klar, ich steh zur selben Zeit auf, weil ich das muss, weil ich ja zur Arbeit muss. Aber, ähm... Es ist nicht immer 100% das Gleiche. Wenn ihr versteht, was ich mein. Na? Doch, Foxy, das ist einfach. Das kannst du. So. Ähm... Warum dieser Hack? Ich hab mir überlegt... Ähm... Bis ich wieder, äh... Ein paar gescheite Hacks spielen kann, vergeht ein bisschen... Wartet mal. Ich will da einmal groß rüberkommen. Ich, äh... Geh da immer klein rüber, weil ich da, äh... Ja, ich nutze hier mehr oder weniger den Pilz, den wir hier bekommen. Also, durch den Midwaypoint. Aber ich will da einmal als großer rüberkommen. Okay, ich will's doch nicht. Wär mir jetzt zu stressig. Ja. Wobei, eigentlich... Hab ich doch irgendwo immer fast denselben Ablauf. Aufstehen, waschen, anziehen, Kaffee trinken. Ne? Um zurück zur Sucht zu kommen. Eine Zigarette rauchen. Und jetzt kommt mir eine absolute Hassstelle in diesem Level. Und dann, ja, dann mach ich mich fertig. Lauf zum Bahnhof und fahr mit dem Zug zur Arbeit. Ja, ich habe noch keinen Führerschein. Noch nicht. Das wird jetzt aber... Die Tage sogar schon. Wenn ihr diese Aufnahme, äh... Während ich diese Aufnahme aufnehme, ist es noch die Tage... In Angriff genommen. Oh, das hat jetzt mal sehr gut geklappt. Muss ich jetzt echt mal... Ich bin stolz auf mich. Oh. Ähm. Werde ich jetzt die Tage mal in Angriff nehmen und mich anmelden? Ich meine, kostet ja auch alles Geld. Und, ne? Und Zeit. Und... Ja. Aber man hat eben... Sehr viele Vorteile mit einem Führerschein. Man ist mobiler. Man hat definitiv, äh, ja... Mehr Freunde. Weil man die überall mit hinnehmen kann. Vor allem die Freunde, die keine, äh... Keinen Führerschein haben. So. Ich meine, okay, ich bin auch immer wieder froh, wenn ich von jemandem abgeholt werde. Ich muss nur mal ein Stück rewinden. Ich bin auch immer wieder froh, wenn ich ein Stück von jemandem abgeholt werde, dass ich nicht laufen muss. Ich meine, ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen lauffaul. Na? Komm schon. Komm schon. Ich muss mich grad mal ganz kurz konzentrieren. Konzentration, Foxy. Ich kann nicht allzu lange warten, weil dann der Muncher kommt. Ich glaub aber auch, ich hab's schon leicht verkackt. Kann ich nicht kurze Sprünge machen? Kann ich nicht? Kann ich nicht? Kann ich nicht? Da wär's was gewesen. Kann ich nicht? Kann ich nicht? Kann ich nicht? Nein? Kann ich? Kann ich? Ich darf aber Yoshi nicht wegwerfen. Na? 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 Nee, du sollst auch springen, du Idi. Oh, komm schon. Okay, ich werd dann doch nochmal ein ganzes Stück rewinden müssen. Nein? Okay. Ich werd jetzt mal versuchen. Oh Gott. Ich hab jetzt mit dem Mund die Taste gedrückt. Ah, da wär's doch gewesen. So. Selber fail wie eben. Äh. Moment. Haben wir gleich. So. 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 Nein. So. Nein. Du sollst dich von der Lava nicht nochmal zurück. Der lässt dich von der Lava immer nochmal ein Stückchen zurück. Ähm. Schieben. So. Fall. Lass mich rüber. Fall. Lass mich rüber. Rüber. Nicht runter. Rüber. Oh, Mario. Komm schon. Das kannst du, ey. Was kannst du denn außer nichts? Ähm. Ja. Also Führerschein ist schon eine schöne Sache. Muss man echt mal sagen. Ah. Du doofnuss. So. Gib mir den Yoshi. Vor allem ich hab zum Beispiel meinen besten Freund, der wohnt in Essen. Und das sind dann schon doch ein paar hundert Kilometer, die man hinterlegen muss. Und das ist mit einem Auto einfach besser zu bewältigen. Vor allem günstiger. So. Na, da wär's fast gewesen. So. Ja, also vor allem ist es günstiger. Ich bin ehrlich. Die Spritpreise sind teuer, aber Bahnfahren ist auch teuer. Ich bezahl für eine Monatskarte auf die Arbeit. Kann ich euch eben erzählen. Bezahle ich stolze 60 Euro. Und das ist eine Station, die ich fahren kann. Ah, das ist echt ein Haufen. Das ist echt ein Haufen Moos. So. Klappt das? Ja, klappt. Okay. Oh. Die Stelle hier mit dem Koopa da oben. Da hab ich echt lange, lange probieren müssen. Bis ich das mal hinbekommen hab. Und auf wundersame Weise ist der Hintergrund verschwunden. So. Hier saven wir. Oh. Dämlich. Nein. So. Saven. Und saven. Und ja. Und ja. Nein. Und. Noch nicht. Jetzt. Ich will das so. Knapp wie möglich machen. Und das sind ganz besondere Ball and Chains. Ich muss hier nochmal ganz kurz. Das sind ganz besondere Ball and Chains. Denn hier können uns die Ketten auch wehtun. So. Hier kommt jetzt gleich ein Feuerball. So. Fall Thrompy Thromp. Ja. Hier laggt es dann auch mal ein bisschen. Das liegt dann aber jetzt nicht am Emulator. Sondern an den. Sprites. So. Jetzt müssen wir Yoshi leider opfern. Ciao Red Yoshi. Ciao Red Yoshi. Hi. Da bist du ja wieder. Ciao Red Yoshi. Ciao. Ich hab gesagt. Ciao Red. Jo. Moment. Ah. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Wisst ihr. Die einfachsten Stellen krieg ich gerade nicht ge... Ach komm schon. Ach komm schon. Ich hab mir erst überlegt. Ne. Facecam einzubauen. Aber das... Ne. Ich hab so ne schlechte Cam. Das ist doof. Mit ner Facecam. Vor allem. Seh mir das. Es ist zu viel Arbeit die einzubauen. So. 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 Nein. Nein. So. 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 Nein. So. 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 Nein. So. So. Ach komm schon. Komm schon. Mario. Boah. Ich bin hier so ruhig bei diesem Spiel. Das ist... Ich bleibe so ruhig gerade bei diesem Spiel. Oh yeah. Ja. Ja. Hier könnte mir Galaga eigentlich sogar noch helfen. Es gibt hier aber eine Stelle, da werde ich zu 99% Slowdown müssen. Ja. Wenn der Controller mal schneller reagieren würde. Das ist so schlimm. Weil ich drücke hier springen und der springt nicht. Oh ja. Da ist jetzt auch wieder eine Stelle. Die ich überhaupt nicht mag. Ah. Da wäre es doch gewesen. Ich lasse mal den Rennknopf los. Und der musste echt pixelgenau schaffen. Natürlich nicht so pixelgenau, dass du gegen den Block springst. Sondern, dass das hier passiert. Und auch nicht so... Hier brauche ich gleich wahrscheinlich den Slowdown. Na. 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 Komm schon. Na. Ah. Hier sind mehrere, ne? Ah. Ich kann das. Ich... Weiß, dass ich das kann. Na. 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 Ach komm. Na. Ach komm. Na. Und zwar werde ich hier den Slowdown brauchen. Ja. Definitiv brauche ich hier den Slowdown. Da gehen wir mal kurz in die Config. Speed. Schalten den runter auf durch 3. So. Na. Jetzt muss natürlich nur noch der Controller richtig reagieren. Na. Na. Ach komm schon. Nein. Na. Ach komm schon. So. Wartet mal. Erstmal gucken, ob ich das auch... Erstmal... Pause. Okay. Ich lasse es jetzt mal kurz... Im Slowdown... Mode... Weil ich grad nicht Pause drücken konnte. Aber das schaffe ich normalerweise in... normaler Geschwindigkeit. Na komm schon. Na komm. Na ey. Das ist doch... Ach komm schon. Ey Mario. Willst du mich jetzt vereimern? Ach. Geht doch. So. Aber jetzt kann ich kurz in die Config. Und kann die Speed wieder hochstellen. Ich kann eben echt nicht auf Pause drücken. Ich weiß nicht warum. Ich brauche echt mal einen neuen Controller. Und... Wow 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 wow. Ach ja. Weil wir das vorhin auch von der Sucht rauchen hatten, werde ich... Ne komm. Ich halte das jetzt mal... Ne. Ich halte das nicht durch. Oh. Doch. Ich halte das durch. Aber bei diesem Spiel passiert es früher oder später sowieso. So vor allem jetzt kommt ein Geisterhaus.